Der geplante Surfpark am Elfratersee ist weiterhin ein umstrittenes Thema. Die WZ hat zum Streitgespräch eingeladen und gekommen sind Björne Althoff, Thilo Stork, Matthias Vogt und Stadtdirektor Markus Schön. Gemeinsam haben sie über das Für und Wider für das geplante Großprojekt am Elfratersee gestritten und diskutiert. Und wir haben sie im Anschluss noch einmal zu ihren wichtigsten Argumenten befragt. Die Antworten seht ihr hier. Was ist das Projekt für Sportstadt Krefeld? Private Investoren sich hier für stark gesagt haben und offenbar davon überzeugt sind, dass das in der Zukunft auch wirtschaftlich zu betreiben ist. Das ist wichtig, das darf man aber auch nicht vernachlässigen. Und deswegen erfüllt das zwei Zwecke. Einen wirtschaftlichen, bei dem Umweltbelange durchaus zu berücksichtigen sind. Ich meine aber nicht, dass das hier untergebührlich passiert. Und auf der anderen Seite eben auch noch ein Erholungsfaktor, der nicht nur für die Krefelder Bürgerschaft, sondern auch weit über die Stadtgrenzen hinaus. Und das tut der Sportstadt Krefeld auch für ihr Image gut. Der Surfparkbau und der Betrieb gehen einher mit ganz vielen negativen Umwelteinflüssen. Das ist zum einen die Fällung von fast 600 Bäumen, die Bedrohung von Arten, die bereits heute schon bedroht sind. Ein enormer Wasserverbrauch von 50 Millionen Litern Wasser jährlich mindestens plus ein enormer Energieverbrauch. Den enormen Energieverbrauch kritisieren wir deshalb, weil es unser Ziel ist, für die Energiewende den gesamten Energiebedarf, den wir heute als Bürger, als Unternehmen haben, 100 Prozent grün abzudecken. Und das schaffen wir heute schon nicht. Haben die Ziele, den Energiebedarf zu reduzieren und gleichzeitig erneuerbarer auszubauen? Wie gesagt, wir schaffen das nicht. Und es wird für uns noch schwieriger, wenn wir den Energiebedarf auch noch erhöhen und das Ganze nur für Spaß, also für Privilegierte, die es sich leisten können, für 60 Euro auf der Welle zu stehen. Vor allem, dass hier das Thema Sport, Freizeit, Naherholung, letztlich auch Gesundheit ein bisschen zu stark in diesem ganzen Klimakontext insofern gerutscht wird, dass man sagt, ja, das brauchen wir doch gar nicht mehr, diese Sparte. Wenn, dann müssen wir doch in dieser Sparte Klima einsparen. Nein, 240.000 Krefelderinnen und Krefelder sind aufgerufen, ihren eigenen individuellen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Natürlich auch der Sport, aber eben nicht nur der Sport. Und jetzt zu glauben, wenn man den Surfpark in Krefeld verhindert, diese tolle Sportstätte, damit ist dann das Krefelder Klima gerettet. Ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gesprungen. Zum einen die wirtschaftliche Strahlwirkung, also dass das einen großen Einfluss irgendwie auf Krefeld hätte oder die Standorte, dass das den Wirtschaftsfaktor positiv beeinflussen würde oder die Innenstadt etc. Dafür gibt es überhaupt keine quantifizierten oder qualitativen Untermauerungen. Und die IHK-Standortanalyse von Krefeld hat auch gezeigt, dass die Krefelder Unternehmen diesen weichen Standortfaktor Freizeit und Erholung als super unwichtig bewerten und gleichzeitig schon total zufrieden sind mit unserem Freizeit- und Erholungsangebot. Das heißt, das trifft schon mal nicht zu. Und all die Argumente, die vorgebracht werden, dass es in Einklang zu bringen ist mit Ökologie, die sind nicht haltbar, weil eine tatsächliche Kompensation wird nicht geschaffen, zum Beispiel für den Energieverbrauch, für den Wasserverbrauch. Die bedrohten Arten werden nur weiter in ihrer Bedrohung gemonitort, das heißt beobachtet. Das heißt, da ist nichts ökologisch in Einklang zu bringen. Natürlich verstehen, dass man diese ökologischen und Klimaschutzbelange genauestens untersuchen muss, unter die Lupe nehmen muss, dass uns hier die Gegenseite auch durchaus kritische Fragen stellt, dass wir uns hier mit Gutachten auseinandersetzen müssen. Da kann man doch eigentlich nur dankbar sein. Und das wird ja am Ende des Tages dann auch dazu dienen, dass der finale Satzungsbeschluss wirklich in jeglicher Hinsicht rechtssicher sein wird und auch alle Belange wie Ökologie, Artenschutz und Klimaschutz dann berücksichtigen wird. Und da bin ich der Gegenseite wirklich sehr dankbar. Ja, klar. Ich kann das natürlich nachvollziehen, dass es Spaß macht, auf so einer Welle zu stehen. Es muss halt nur relativiert werden. Und das, was dafür geopfert werden muss, nur dass irgendwer dann mal Spaß hat, steht in keinem Verhältnis.